Kurz vor Weihnachten. Die Lichterkette funktioniert. Mal sehen, ob die Lichterkette noch funktioniert. Oh je, die Lichterkette funktioniert nicht mehr. An was könnte das liegen? Ein Beispiel für eine Seriensackschaltung. Ich nehme eine 4,5 Volt Batterie, schließe eine Klammer dran an, an die Klammer eine Lampe, verbinde die Lampe mit der zweiten Lampe und die zweite Lampe mit der Batterie. Beide Lampe leuchten gleichzeitig. Ist eine Lampe kaputt, funktioniert der Stromkreis nicht mehr. Und das ist eine Lampe mit der anderen Lampe. Ich nehme eine Lampe. Ich nehme eine Lampe. Ich nehme eine Lampe. Vergleich dazu der Parallelschaltung. Ich schließe die erste Glühlampe mit der Batterie an. An beide Pole und parallel dazu die zweite Glühbirne. Hier sehen wir einen Stromkreis und einen zweiten. Geht eine Glühbirne kaputt, funktioniert die zweite trotzdem. Euer Christian. Sehr sicher.